Nein. Ja, können Sie bitte vorbeikommen, ich habe mich ausgesperrt. So, Sie haben sich ausgesperrt oder was? Ach gut, dass Sie da sind. Können Sie mir bitte die Tür öffnen? Ja, dafür bin ich noch da. So, dann mach dann einmal 700 Euro. Wie bitte? 700 Euro? Das ist ja Wucher! Wurde am Telefon kein fester Preis vereinbart, können Schlüsseldienste nur eine gängige Vergütung verlangen, die je nach Tag und Uhrzeit ca. zwischen 85 und 200 Euro zuzüglich Fahrtkosten liegt. Absolute Mondpreise müssen dann also nicht bezahlt werden.